Hi Leute! Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO! Und wer kann es erraten? Ja, in dieser Folge wird das 10km aufgehen. Ja, ich bin gerade auf dem Weg zum Bismarck-Turm, weil da ist gerade ein fucking Knuddeluff. Die Weiterentwicklung von dem Pummeluff, Alter. Leute, es sind drei Pokémon, die ich noch nicht habe. Wenn wir die Fang danken, ist die erfolgreichste Folge aller Zeiten. Erfolgreicher als die beiden Letzten. Boah. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. 10km plus vielleicht Knuddeluff und drei Pokémon. Und ich habe, das wäre richtig erfolgreich, diese Folge dann. Boah. Was erscheint? Krabbi. Nice. Boah. 400 EP. Nice. 480. Nice. Das ist nicht wie Freit. Okay, Hyperball. So, da ist es getroffen. Und, kommt gleich noch mit drin, gleich drüben. Ja, Mann. Ich bin gleich drin. 42 Bonbons. So, da geht es auf. Immer noch nur ein Komma-7. Boah. Bis wir da am Bismarckton sind. Also da, wo es markiert ist, soll es aufgehen. Das sind, denke ich, schon 300 Meter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. 10 km high plus Knuddeluff. Nice. Nice, nice, nice. Ey, wir müssen das einfach fangen. Nicht sollen, sondern müssen. Ich hab... Ich hab schon... ...Promo-Luf, aber ein Knuddeluff, Leute. Das ist wohl wie ein Drasoniger, denke ich. Aber auf jeden Fall verdammt selten zu fangen. Boah, bin aber einfach ne geilen WP-Wert. Bitte. Mein bestes Pokémon mit WP her war... ...ähm... ...ein... ...Snee-Bild. Und... ...irgendem hohen WP-Wert. Keine Ahnung, welch WP... Ich glaube 700. Und das könnte einfach mal ne Tausende haben. Leute. Ich bin grad so aufgeregt. Da ist es. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie viel WP... ...Knuddeluff erscheint. Ach du Scheiße. 428. Leider. Aber... What the fuck. Oh, das wird einfach alles ab. Klasse Wur, Pokémon. Riecht locker aus. Da. Oh mein Gott. Wir haben fucking Knuddeluff gefangen mit nem Pokéball. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Neuer Pokédex-Eintrag. Weitermittlung von Bummeluf. Ach du heilige Scheiße. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Girafarig. Auch neues Pokémon. Okay. Ist machbar. Das wird schon das zweite neue Pokémon. Oh mein Gott. 800 irgendetwas. Oh. Hoffentlich bleibt das Video. wieder drin. Aber... Ich denk nicht. Oder? Eis-Ock. Pokéball. Besser als Superball. 800 WP. Leute. Leute. Oh mein Gott. Tackle und Donnerblitz. Nice. Ach Gott. Ist das Zehneri noch nicht aufgegangen? Doch. Hä? Leute. Es war... Es war... War... War ein Skorgler drin. Hä Leute. Hä? Ist das Zehn Kilometer schon aufgegangen? Oder? Hä? Tagebuch? Skorgler ist geschlupst. Nein. Es war ein Skorgler drin. Puh. Nein Leute. Nein. Nein. Oh. Hä? Ha? Dars Gorgler! Scheißtrek! Leute, nein was soll's noch Apokalex-Eintrag Preis ist eine Weiterentwicklung Leute, wenn wir das Weberack fangen, dann können wir es entwickeln und entwickeln wir jetzt diese Folge auch noch ein Weberack Also ich will sagen Nice Ach, Mann Wieso? Wieso Neantik? Wieso? Wieso gibt ihr mir so ein Pokémon? Leute, wieso? Wieso werde ich bestraft? Wieso? Jetzt entwickeln wir erstmal mein bestes Leberack. Aber was, Leute? Knuddelhof plus 10 Kilometer Ei. Aber das ist 10 Kilometer Ei. Das ist ja richtig kacke geworden. Richtig, richtig kacke. Da mein bestes Leberack. Hier kann es ein Power-Up und dann entwickeln wir. Entwickeln wir es. Dann ein WP. Ach Gott, Gott, Gott. Na, ne, man hat es irgendetwas. Wolltest du Leberack entwickeln? Ja. So. Aber wieso, Leute? Wieso? Wieso werde ich bestraft? Oh shit, Ariadus. Leute. Oh mein Gott. Neuer Pokédex-Eintrag. Komm schon, bitte. 802 Bp. Nein. 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 Da können Sie sich sehen, dass... Nein, das ist riesig. Es ist etwas. Ah. Wieso? So. Ey, so gefoltert. So schlechte Pokémon. Aber immerhin, das knudel... Äh, ja, knudellos. 2 Girafarigs. Okay. 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 Oh Gott. Das 10 Kilometer war nicht sehr erfolgreich. Ein Skorgler. 800 Wp. Wieso? 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 Hätte ich heute einen Skleroxen gekriegt. Hätte ich erst zu einem Skleroxen gekriegt, weil ich hab so viele Abwandel. Aber... Nein. Natürlich nicht. 5 Kilometer Ei. Nice. Ja, der kann 10 Kilometer Ei. Da was soll's. Interessiert hier niemanden. Großartiger Wurf. Pokéball. Nice. Ach man, ach man, ach man, ist drin, natürlich, hier das nächste, den Pogbaal, keine Ahnung Ich habe nicht drauf geschaut, war zu schnell, oh man Leute, und es ist, und es ist gepflichtet, nice, hello, was ist ganz passiert, ich wollte einfach auspucken und go geworfen, ich wollte gerade auf das SEPA klicken, es verschwindet einfach, Ach, ich war anscheinend auf die Arena geklickt, und dann werde ich auch noch auf Pokémon GO geworfen, nice, cool, toll, ach Gott, wieso Leute, wieso ein Skorgler? Das ist so ein Ulbix, natürlich, das haben wir ja noch nicht, Ulbix erscheint, nicht WBP, oh scheiß Dreck, und es läuft an, und es hat 28, okay, okay, aber immerhin ein neues Pokémon Oh Mann, fangen wir in die Kommentare, wie ihr das in den 10 Kilometern fandet, also Skorgler und so halt, wieso? So, und jetzt, oh, wir haben 21, nice Leute, richtig, richtig nice So, jetzt fangen wir erstmal das Evoli, weil das Evoli erscheint, 100 WBP, Schavi locker mit dem Pogbaal und verkackt erstmal, nice Oh Mann Nice ist drin Leute, wieso, wieso werde ich immer wieder auf die Folter gespannt? Radfraut, erstmal fangen Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Stimmt, ich habe jetzt einanderbeeren bekommen Ja, was soll's 10 WBP, okay Wenn es ausbricht Dann, z Ne, ist drin 10, bei 10 WBP soll da eigentlich alles drin sein Ah, SEPA scheint W4 WP, 186 Ach Gott, doch, doch, Gott W, wie? Okay Da muss ich halt härter Ich hab verkannt 186 WP W, warum? Da kann ich das mal auf dieses Pokémon Überball, ich muss jetzt drin bleiben Bis jetzt, das Es muss einfach drin, ja Gott ist drin Nice Klasse, das Seepa wurde gefangen Nice toll, hupsch, schön Ja, ey Es schön nicht was Nein, toll Toll, toll, toll Ähm, hm Ja, das 2 Kilometer wird in dieser Folge auch noch aufgehen Und beginnen wir mal das hier auszubrücken Das ist schon 2 Kilometer 2 2 2 3 2 3 3 4 4 4 5 4 5 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 6 7 7 8 7 5 5 6 8 9 7 8 8 9 10 10 10 10 10 10 was es ist wenn nicht dann es keine Wirtschaft dann nicht auf mit der Schreie und ja wenn es jemand schafft dann heute mit der Schreie hat als erst besser gesagt einfach auf Spaß spielen ich kann ja nichts mehr machen nichts mehr richtig machen und hier 407 EP okay Himbeere meine letzte nicht mal großartig ist mal klasse und es ist drin nice das ist das Knopf in seiner Zeiten 15 Bonbons noch 10 leute hier ist es hier ist es hier ist es